und damit herzlich willkommen zurück zu let's play the witcher 3 so ich muss ganz kurz das schwert haben wir dafür aber 182 ich glaube wir müssen mal langsam verkaufen gehen auch so ich gönne dem noch ein weiteres gesellen reparatur set jetzt ist er wieder auf 86 schön so soll das sein wir müssen tauchen also was jetzt tauchen müssen das ist das schwimmen müssen wirklich hier sind auch keine gegner auch noch besser und einfach das war es schon wir sind auch bald überlastet wir haben schon bald unser maximal gewicht erreicht es ist nicht so gut aber ja 85 haben wir gerade ist das für eine coole rüstung tätig erhält barrieren elba die rüstung sonst aber nichts neues was für uns besser noch gewählte so hier irgendwas neues bekommen will er okay ist auch mein level ab sehe ich gerade wo müssen wir auch sechs doch ein paar fragezeichen können wir glaube ich machen am besten wir machen die vier hier geht danach du in den händen von daraus können wir dann schnell reisen nach wohin eigentlich nach norweg ran oder also nach hier das ist ja nicht nur weniger das ochsenfurt ochsenfurt das ist die hauptstadt norweg rad ja wie machen wir das wir haben ja auch ein waffelschmied ne machte wir gehen am besten gehen wir nach ach da haben wir ja kein reisepunkt müssen wir bis da oben latschen wo können wir denn am besten hin hätten wir auch ein schmied war am besten zum hafentor ja machen wir das also die fragezeichen als es genau geradeaus das ist doch bestimmt wieder so nager oder kreuz da hinten ist auf jeden fall noch was ist nur ein kreuz sondern verlassene städte das was du denn ich auch drecksbogen schütze wir ziehen hier die haut so gechillt hier ein kommen so so aber wenn das noch ein bisschen gluten geil danke man das ist meine geile sache woher kommst du aus kehr mohrheim überlastet scheiße es ist schon passiert das ist jetzt nicht so gut okay wir könnten so schrott wegwerfen weißt du so so waffen die nix wert sind die eh nix wert sind also wirklich null wert haben sowas hat schon wert kann ich das nicht irgendwie sortieren f nach preis genau genau so es ist der schrott ne ja guck mal hier ja kann man zerlegen vielleicht aber das ist schon gut dass so ja dieser schrott hier wegkommt er hat recht für den anfang hier ist ja das ist unser lud gerade ja jetzt können wir den rest des guten hier kannst du mit zum wurzeln sammeln das ist doch mal eine ehre nicht meine schuld dass er unter den wirken begraben liegt wer musste er auch den helden spielen wer liegt unter den wirken begraben das haar so weiß wie quark wo hat josef das ganze essen ja ich bin gleich wieder da tschüss 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 gleich wieder da tschüss 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 v1.5 ut twist die die hast du vergessen so hat er musste nach oben gesprungen klingt nicht viel dafür ich weiß aber die sind ja auch nichts wert eigentlich alles nur schrottwaffen weißt du deswegen ist das eigentlich egal ob ich jetzt ihr verkaufe oder es ist halt ein bisschen geld also einfach so dazukommen was ist das hier schatzjäger gambeson hier sind hemmen holen wie teuer die hätten sind 100 oder kosten scheiß händen einfach aber der hat auch nichts gutes hier der typ doch der hat hier dass sie das zum beispiel habe ich sehr gerne immer das geselle den kaum schützt nicht unbedingt was ist das hier axiglyphe das hier pergament aber sonst hat er nichts ne doch vielleicht der allraunlikör alter gut ich kann es nicht scheiß waffen ne allraunlikör ne hat er nicht hat er nicht schade okay ja dann tschüss seien hier sind noch ein paar andere schwörte es ist alles schrotten so ja jetzt reicht schon mal ich heiße beide noch und die knüppel wir haben wieder viel platz ist dann woher kommst du machte hier ich wollte eigentlich weiß nein bis dann ja tschüss ich helfe dir warum meinst du mein verlobter ist in den wald gegangen er wollte nach den falten gucken er kam nicht wieder irgendwas muss passiert sein ich habe ihn scheinen hören doch ich hatte zu viel angst um nachzugucken ich gehe mal nach sind ich gehe in den wald und suche ihn danke ich habe geld ich bezahle woher hast du geld woher hast du geld das würde mich mal interessieren grausame fallen der liebe das ist das jahr das habe aber alles gemacht war oder weiße dame die tödliche wollen sonst aber nix was ist hier schatzsuche ja die wolfsschule ausmacht würde ich gerne machen ach ja okay wir haben unsere quest auf in den wald auf in den wald warte hier ist noch blüge warte noch eine spur okay ja ja das ist dahinten ich brauche gar nicht ich weiß ich muss einfach nur dahinten so keine guten nachrichten für die frau wild hunde haben ihren mann gefressen das eins ja ja dann tschüss ja dann tschüss hast du ihn nicht gefunden doch habe ich aber nein sag's nicht ich sehe es dir ja an bitte nimm das geld über halt es ich kann das geld nicht annehmen tut mir leid dass ich ihn nicht lebendig zurückbringen konnte kann ich wenigstens eine leiche holen das solltest du nicht es ist gefährlich aber wenn du es trotzdem tust sie liegt bei den fallen danke lebt wohl 50 kronen oder so was soll das war easy die pise eine kleine question sie geht sofort dahinter wahrscheinlich wird sie auch gleich obwohl ich habe die hunde ja sie eigentlich dürften dir nichts tun wir müssen jetzt der straße einfach folgen nach da sie wachte nach da nicht schon richtig hier die straße da kommen wir zum nächsten fragezeichen zum nächsten fragezeichen ach nö keine dummheiten sohnchen ach so kann die ball echt was macht diese die reden von umbringen was ist das denn hast du dann auch essen kannst oder wie ihr seid ihr kann die ball erst kann mein ludfinger geht so hart ab so habt ihr noch irgendwas zeigt mir was du zu bieten hast wo da hinten ich treffe kommen auf ehre tschüss ja da unten sind auch noch wie viele leichen sich gerade aber hier war noch gut sind die glüfe das kann die ball oder was ist das müssen der trug oder daher tschüss was kondylus und zingelt ihn das war's jetzt bis uah 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 als mut lut lut tut gut laut zwerg schnapps natürlich über alle gibt es zwerg ok das war nicht die vier ok überlegen das konstrukt öl schön aber alter das ist schon so wasserflasche schön sonst irgendwas aber ich muss eigentlich gar nicht zu dem du n zurückgehen obwohl da sind die doch 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 da muss ich wohl zurück da muss ich aber da muss ich gar nicht hingehen weil ich kann davon später nach hier reisen wenn ich weitermachen will reise ich nach hier mache hier die erscheinungen platt geht auch hier unten mit die ganzen lud die die höhle rein und ich weiß nicht ob ich da schon drin war dann hätten wir so dieses kleine gebiet noch so ich muss noch da ich bin wieder da ist das hier verfluchte scheiße ihr seid alle wollen jetzt alter außer der kardimalen freundling vielleicht ich kann mich nicht aktivieren hey jetzt macht er es und tschüss das ist so brutal diese kardimalen das blut ist sogar noch vorwicht was sind das also warum warum kann ich hier was untersuchen das war's jetzt bist du dran ja sehe ich sehe wie ich dran bin boah das war schrecklich so wie ich dran bin aber das geht gar nicht gut gut tut gut habt ihr hier noch nut stimmt habt ihr noch nut ja da ist doch dann könnt ihr nur nut denn wisst ihr leute blut tut einfach gut ich hätte gern t shirt damit hallo kann ich das silber holen bitte danke da machte wir essen mal eine oliwe ist alles glute da ist noch was eisenerz warum kann ich das untersuchen warum kann ich das untersuchen nur dass ich stehe es nicht da oben ist nur irgendwo gut ach da okay ja es wird wahrscheinlich nur so ein schrott sein wieder eine krone wow okay ich hoffe das war alles komm wir gehen jetzt noch nach du händen oder warte wir haben haben noch genug wir haben noch genug platz können noch nach hier unten wir machen die noch fertig hier die machen wir noch fertig und dann gehen wir nach du händen nach oben wieder und dann machen wir da die erscheinungen platt also für jetzt und die nächste folge machen wir da noch dass wir haben ja noch genug zeit machen wir vielleicht die noch die zwei kriegen wir noch hin in dieser folge und dann meine nächste folge die zwei und dann du händen da bin ich weil ich gehe jetzt nicht direkt hier hin weil ich möchte danach reisen und dann wieder eine mission angehen was hatten wir denn hier hier war das mit den erscheinungen was war denn hier ach da wohl das war das mit der frau die wohl diese drei statuen aufrichten mussten die studenten diese die studenten diese statuen umgeschmissen hatten ja ja ich erinnere mich ich erinnere mich ich erinnere mich so so war das stimmt was ist das denn was ist denn ein moore nixor was ist das denn was ist denn ein moore nixor hab ich schon nie gehabt ein boden und er hat den anderen getötet danke hey monik so blut kein lud schön dass du den einfach für mich erledigt hat ich ein weniger von diesen loops erledigen das ist wieder modixer oder sind das ertrunkene weil die hat nicht genau wie ertrunkene sind noch sind ertrunkene nur stärkere ok durch die machen oder feuer speichern ich muss aber sagen wir können irgendwie nichts also für level 15 könnt ihr echt nichts die können ja wirklich gar nichts da hinten ist noch einer ne ja komm so tschüss ok dahin müssen wir zwar wieder nach oben latschen oder ist nicht schlimm oh das wird ein bewachter schatz sein ne das wird ein bewachter schatz yes versteckter schatz ok mit einem monster ein gruff mit unbekanntem level ist das gut ist das so gut man der kein schaden einfach ne das schaffen wir niemals schaffen wir nicht unmöglich no way das schaffen wir nicht ich dachte wir könnten vielleicht ein bisschen gegen das Vieh kämpfen aber ne das ist zu stark ich wollte noch nach da hinten also das müssen wir irgendwann mal nachholen das ist sehr blöd weil es so ein einzelner blöder ort ist und die modixer sind wieder darf und zumindest einer bastard ja 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 ich weiß nein lass in ruhe geholt ich geh lieber hier hin blutmoos hi oh ein äh feier so benutzt das hier so perle ich bin hier eine wunderschöne perle blut noch eine perle und hier ist ein optima mattach was war das hier eigentlich ist kein kein richtiger ort oder was das ist oh je ah da hinten oh da ist ein einziges monster wir speichern mal und damit würde ich sagen bedanke mich fürs zusehen und wir hören und sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin ciao w wir